Guten Morgen! Hier heizen wir das Öl vor. Dann fahren wir nach einem Flug mit einem Passagier. Du fliegst nicht mehr bei der Suisse, oder? Nein. Jetzt schon sechs Jahre habe ich pensioniert. Okay. Aber bist du noch am Fliegen? Ja. Du fliegst den Schupfen? Ja. Ein Radfahrer mit Sägelflügen. Herrlich? Ja, nein. 69. Ja, mit Sägelflügen. Da kann ich natürlich ... Jetzt geht es los. Mit der Familie haben wir eigentlich das ganze ins Gürtel. Ich hatte so einen Kollegen in der Anfallgruppe. Ja. Das war der Gyrocopter. Ja. Und da konnte ich mit dem mitgehen, oder? Ein paar Mal. Einen Gyrocopter? Ja. Und dann hat es mir gepackt, oder? Hast du heute Gyrocopter? Nein, nein. Schon mal. Ja, ja. Aber einen Gyrocopter. Ja, ja. Aha. Das muss ich schon mal machen. Also einsteigen. Eins, zwei. Hier kannst du dich halten, und dann kannst du dich hier halten. Ja. Sind wir auch schon da? Genau. Hinten und vorne ist eigentlich das Gleiche. Ja. Instrumentierung. Instrumentierung, genau. Ja. Ja. Dann sehe ich, was du machen. Genau, jetzt tun wir das Letzli ... Warte, das habe ich hier gesetzt. Jetzt tun wir das Letzli runter, das ist extra, um drauf zu stehen. Aha. Ah ja, das ist natürlich schön. Das ist natürlich die Sitz dreckig mit der Seite. Genau. So. Das ist ein System. Ja. Da kommen wir zuerst die Schulterschuhe. Die Schulterschuhe von links nach rechts. Ja, von links nach rechts. Du musst zuerst die beiden zusammen. Ja. Und dann den linken durchführen. Der linken ... Ah, da? Ja. Ja, der kommt jetzt hier durch. Okay. Und dann kommt der da rein. Genau. Jetzt die Pügel aufmachen. Ja. Und jetzt so zu, bis er einschnappt. Ah, da. Ja, okay. Und so schnallst du die auch wieder ab, oder? Ah, wieder da auf und dann geht alles durch. Ja, ja. So kannst du die an. Zieh nicht allzu satt, hätte ich gesagt. Es muss dir ja bequem sein. Du willst ja nicht ... Achro ... Ja. Also schon eine Rolle oder so. Aber nicht voll gut ziehen oder so. Bin wir schon nicht gewöhnt. Ja. Da hast du ... Ich habe dir ... Oh ja, das musst du erst nehmen. ... Säcke. Ja. Da haben die drin. Was ist das? Sind die da? Prospekt? Nein. Äh, Kotzteuten, weisst du. Die müssen wir ja vielleicht schon überlegen. Ja. Ist das ja so eine? Die sind da. Falls du das brauchst. Aber du sagst mir ruhig, oder? Ja, ja. Oder lass dich fliegen lassen, weisst du? Ja, ja. Das ist gut, ja. Ja. Genau. Jetzt musst du schauen, dass diese Lasche da hinten ... Ja. Dass die hinten ... Dass die hinten ... Dass es nicht ... Ja. ... hinein sitzt. Ja. So, da, he? Ja. Gut. Okay. Jetzt Kabel können wir hinten durch, sonst stört dich das, he? Ja, ja, ja. Ja. Aha. Die Checks hast du hier rechts, dort. Die Buchse, die habe ich eingesteckt. Die hinten, he? Ja. Tipptopp. Dann Volume, hast du hier, das linke. Ja. Das Quellsch ist hier. Ja. Da musst du halt ein wenig schauen. Weisst du, wenn der Motor aufmacht, dann hörst du nur Rauschen. Ah, gut. Das musst du am Anfang einfach zu machen. Jetzt ist er zu, he? Jetzt ist er zu, genau. Genau. Okay. Und das Mikrofon einfach ganz nah dran, damit man es hört. So, da, he? Kann man es noch ein wenig hindern, he? Dass man es einfach so, da, he? So, ist gut, ja. Ja, ist gut. Ja, ist gut. So, jetzt könntest du da, mit dem da, das könntest du anziehen, wenn du willst. Aber es muss ... Ah, das ... Ja. Das Läschchen, wenn du da anziehst und dann unterklett, könntest du es trotzdem machen. Aber ... Ah, das ist für den Helm nachher? Ja, das erhält, genau. Ja, das ist eigentlich gut so. Ist gut? Ja, ja. Also, jetzt nimmt er noch das ab. Jetzt hast du eine Sonnenbrille. Oben könntest du das Visier, musst du vorne machen und dann so runter. Ah, das da. Speedbrake. Aha. Das ist die Bremsklappe unter dem Rumpf. Ja, oh. Jetzt ist sie drin. Mhm. Mikrofon, PTT. Ja. Das Intercom ist immer off, du musst nicht drücken, zum Schwerzen. Ja, ja. Mixture. Mixture. Full Ridge. Ja. Normal. Probellenverstellung ist sehr, 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 sehr sensitiv. Ah, wirklich? Ja. Also, du musst mit beiden verstellen. Nein. Ja. Ja. Sonst hast du ihn in einem Over-Speed oder so. Ja. Ja. Sehr sensibel, ja. Okay. Ja, dann siehst du jetzt auch die Drehzahl. Die Drehzahl ist da. Ja. Ja. An dem Bereich. Genau. Ja. 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 Da ist ein Seid-Belt auch da drauf. Ja. Nein, das gibt es zum Teil der Leute, die viel Geld haben. Ja. Okay. Ja. Pedalverstellung kannst du mal auf Pedal stehen. Ja. Ja. Und jetzt den Hebel nach rechts. Ja. 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 Genau. Ja. Das geht so. Genau, tiptopp. Ja. Das ist kopplat mit dem Bugrad. Äh, nein, jetzt ist es frei. Kannst du mal einen Affen machen. Ah ja, gut, okay. Also, ich mache alles paratisch. Gut, gut. Ja, gut, okay. Ja, gut, okay. Oh nein! Oh! Oh! Untertitelung. BR 2018 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 Nochmal, Matthias? Ich muss die Akku wechseln, 2 Minuten. Alles klar, ich habe auch noch 2-3 Minuten. Da kannst du nichts mit dem Archer besuchen. Doch, doch. Du musst einfach den Stefan vorhin anrufen. Ja. 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 Ah, okay. Also das Wetter. Magneto. Ja. Ah, gut. Du bist bereit? Ja. 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 Du bist bereit? Ja. Bin bereit, ja. Matthias, bei dir ist es gut? Ja. Alles gut, ja. 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 Request accepted. Please wait. Dann haben wir die Barriere noch anrufen, damit niemand über die Piste fahren kann. Jawohl, ja. Okay. Ich starte in etwa 3 Sekunden. Also. I-Controls. Ja. You-Controls. Left-Cop, right-up. Ja. Up or in the down. Barriere, up or down. Ja. B-brake in. Prop high up here, make the ridge. Out, up back. Canna-bis those. Okay, da kann man go. Top, ja. Bin bereit. Okay. After Mike Whiskey, taking off direction 2-7. Du brauchst relativ viel Rechte in den Rudern. Ah, ja. Drei, Moment. Ja. Okay, post die Freize hier ab. Ja. Die Fahrwache stoppen? Ja. Okay, hast du wollen fliegen? Ja. Ja, gerne, ja. Good. High Controls. 140 Knoten, gerade aus der Gemeinde. Ja. Du willst schon ein wenig auf der rechten Seite? Ja, gerne, ja. Mike Whiskey, lieber in Direction 2, 70. Du fährst das Gitor-Rudentrimmig ein wenig nach links. Ja, okay. encourages Sie wieder zu Instagram, dein Chain registre Core ineraft in touch glab 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das hat er in der Perfektion. Das hat er in der Perfektion. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wie soll ich sprechen? Auf die Tautung, um ein bisschen leer zu laufen. Ja, ja, genau. Langsam auf die rechte Seite gehen und dann gehen wir 180 Grad nach links auf einen geilen Strich. Da geht, da geht es nicht mehr. So, hier. Oh, hier. Los geht's. Ja. Genial! Das war gut! Der Gefallen! Du hast recht! Einmalig! Du hast den Städtal auf ... Häh? 1.200 Staten, ja. 1.200 Touren, ja. Gut, wenn wir wieder frei geschnufft haben. Es ist schon langsam nicht geblieben. Ja, ja, es wird heiß und es wird stickig. Und es ist Kohlenmonoxid je nach dem auch drinnen. Ja, ja. Wir haben jetzt knapp 300 Liter Aufgas verbrennt. Ja, 300 Liter. Ja, ja. Also, dann schalte ich den Avionics Master ab. Und dann könntest du nachher den Mixture Idle Cut-Off machen. Okay, ist gut. Ja, ja. Also, Avionic geschafft. Ja. So, war's gut gewesen? Tipptopp! Super! Danke vielmals! Danke dir, es war schön gewesen. Toll, ja. Ja, ja. Hast du auch noch etwas machen mit einer solchen Figur? Ja, ja. Ein bisschen, ja. Ja, ja. Ah, jetzt ist es gegangen. Okay. Jetzt ist es gut. Das hier. Und da haben wir auch schon abgehängt. Genau, da kannst du auch aushängen. Ja, da, ja. 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 So, da. Genau. Genau. So. So. Ja. In der Mitte vorne? Ja, musst du ihn zuerst ausfädeln, sonst kannst du nicht aussteigen. Ja, stimmt das schon auch. Ja, ja. Das gibt doch sicher gleich das Foto hier oben. Ja, sicher, ja. Und? Ja. Super Triple. So gut. Ja, ja. Ja, ja. Das war schon in der Liebe mit der Vögel. Wir sind gefüllt. Das ist gut gemacht. Looping auf. Looping auf. Ja, ja. Alles, schaut. Ja, so einer, gell? Es ist nur ein Teaser. Ja, ja. Nur eine halbe kubanische Acht. Halbe kubanische Acht. Also, da. Ja. Ja. Eben, der filmt jetzt schon, gell? Ja, ja, der filmt. Achtung. Spaghetti. Gut. Danke vielmals. Danke vielmals. Wirklich Spass gemacht. Einmalige Sachen. Wirklich. Ja, ich habe gesagt, ich habe die Urwinkel von mir gekommen, bis jetzt auch hier gesehen. Wirklich. 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 Einmalige.